Hallo meine Freunde des geilen YouTube-Sports, einen wunderschönen guten Tag. Tja, was mache ich hier? Und zwar habe ich was für euch. Ja, ich verlose wieder was. Nicht nur einmal 10 Euro Paysafe für 230 Abonnenten. Oben links, Ausrufezeichen, einmal drücken, dann kommt ihr zu dem Video, könnt dran teilnehmen, jeder kann dran teilnehmen. Ab 230 Abonnenten werde ich die Verlosung preisgeben und wer dann gewonnen hat, aber bis dahin, bis 230 Abonnenten ist ja noch ein bisschen. Von daher, gebt es weiter, postet Freunde, umso eher kann ich die Verlosung für euch raushauen. Ist auch besser für die Paysafe-Card, solange es noch gültig ist. So, und zu diesem Video habe ich für euch jetzt einen Closed Beta Key von Dreadnought. Ja, ich habe mir das angeguckt. Es ist ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Ähnelt sehr dem World of Warships oder World of Tanks. Äh, ähnelt aber auch so ein bisschen an, äh, Star Wars Battlefront. Ähm, und, äh, die Sache ist, es ist nicht nur 5 gegen 5, sondern es soll erweitert werden von 8 vs. 8 Spielern. Also, das wird dann richtig interessant, weil 3 Leute mehr, das macht schon mal was aus. Ist nicht dann wie mal 4 Leuten gegen Killer bei Dead by Daylight. Ja, und in diesem Sinne, ähm, habe ich mir dann gesagt, ähm, ja, cool, dieser Key kostet 10 Euro, ach, verloste den doch, scheiß drauf. Ich will das Spiel nicht haben, ich lasse euch die Chance, den Key zu bekommen. Das Einzige, was ihr machen müsst, meine lieben Freunde des geilen YouTube-Sports, ist einfach Hashtag Beta Key Dreadnought. Und in die Kommentare und natürlich mit dem Text, warum gerade du es verdient haben sollst, das Spiel spielen zu dürfen, vor allen anderen. Weil dieses Spiel wird erst zur geschlossenen Open Beta oder zur Open Beta, äh, bla, 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 bla 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 oben und dann halt hashtag peter key rednaut und warum du es verdient haben solltest den key zu bekommen ich bin mal gespannt inwiefern ihr mich unterstützt oder ob ihr nur an euch denkt erzählt das anderen leuten was interessant das spiel ist einfach geil ich werde unten in die video beschreibung mal von der seite euch link geben ist es nicht es ist nicht von steam ihr müsst euch auf einer anderen seite anmelden aber von den qualitativ hochwertigen man siehe rechts hätte ich vielleicht eher machen habe ich mal so ein zwei kleine videos hier für euch nebenbei am laufen wenn ich euch das erzähle jetzt könnt ihr mal unten auf den knopf drücken für größeres bildschirm je nachdem wegen großen bildschirm ihr habt dass ihr euch mal alles in groß angucken können und ja den key gibt's für euch und was habe ich voraussetzungen ich weiß es nicht ich denke mal ja ich habe mir keine gedanken darum gewacht muss ich ganz ehrlich sagen was für voraussetzungen ich denke mal sagen wir mal keine ahnung ich weiß es nicht ich meine mal genau machen wir es mal die zehn geilsten kommentare zehn kommentare nur zehn stück mehr nicht zehn von von zehn verschiedenen personen die geilsten kommentare also kann jeder posten ich obwohl mir aber nur zehn kommentare aus dann mache ich ein video drüber und in dem video tue ich dann auch die verlosung preisgeben und ich sage der hat es verdient das ist der geilste kommentar ever also das ist gut ganz spontan das genau so wird laufen ich würde sagen ja jetzt seid ihr gefragt ich hab mal jetzt maul für das war das video gewesen bevor jetzt das video wir von vorne los geht ja unten auf pause oder auf beenden drücken und dann eben in die kommentarleiste einschreiben hashtag beta key right now und warum du es haben willst ich würde sagen danke fürs reinschauen meine lieben freunde und ich würde sagen bis zum nächsten mal bis zur nächsten verlosung euer virus wischens ciao mit hau